Was geht Leute von heute? Willkommen zu einer weiteren Runde Rush Hardcore auf Belagerung von Shanghai. So, und jetzt müssen wir die Bomben uns holen. Oder machen wir jetzt auch? Direkt Action hier, let's go, let's go. So, wir sind natürlich wieder als Sniper unterwegs. Ist ja wohl klar, oder? So. Nein! Da hat er mich gesehen. Scheiße. Okay, das war der erste Kill, aber dann bin ich auch gleich gekillt worden hier. Aber egal. Alles gut. So. Oh, geile Pose hier. Was? Voll daneben geschossen. Hä? Oh, 60er Kaliber, Alter. Kein Wunder. Das ist kein Wunder, dass ich da weggehauen werde. Krass. Hä? Was? Von wo das denn? Alter. Okay, da hat's mich wieder zerledert. Ja, da hängen hier natürlich jetzt alle als Sniper rum, was echt uns nix war. Ja, da hab ich von den. Gehen für dich, gehen für dich. Oh Mann. Ja, da hab ich mit. Aha. Ah. 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 Oh Mann. Ah. 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 Oh, was. Ja, keine Chance. Da komme ich nicht vorbei. So, den habe ich gesehen. Da an der Ecke gestanden hat er. Alles klar, safe. So, jetzt rüber. Nein! Mann! Okay, wir müssen von der Seite. Wahrscheinlich ist es besser, oder? Ja, ich gehe mal von der Seite. So. Jetzt direkt von vorne. Kommen wir doch einfach mal von der Seite. Und dann hintenrum wäre besser. Der Panzer deckt uns da eigentlich ganz gut. Hä? Was? Ach, das war wahrscheinlich feindlicher Panzer. So, ich wechsel mal das Squat. Oh ja, geile Posi. Das ist eine gute Idee. Die Sprengladung ist dann einsatzfähig in Bravo angebracht. Habt dich, mein Freund. da. Der Sprengladung ist dann einsatzfähig in Bravo. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. Geredigt. Nein. Ah, keine Chance. Da haben die sich da hingelegt, ey. Diese Dreckigen, ne? Nein. Nein. Okay, Schluss mit Snipern jetzt. Machen wir mal ein bisschen ernst hier. So. Jetzt nehmen wir Versorger und holen uns die Bomben. Schnauze voll hier jetzt. So, Versorger. M249. Let's go. Oh, Soundpack. Wuhu. Das kann doch nicht wahr sein. Will er mich verarschen? Alter, kipp nicht um. Friss noch mehr Munition. Oh, verkackt wurde ich mir. Oh, ne? So, ich will die Bombe haben. Ich will die haben. Die hole ich mir jetzt auch. Kann doch nicht wahr sein, dass wir die Bomben da nicht kriegen, oder wat? Oder wat? Hatte ihn. Oh, bitte. Sag mir, du hast ihn getötet. Ja, ich danke dir. So, und jetzt geh ich da rein. Oh, da kommt er mit C4. Alter, was für ein Noob, Mann. Das geht's doch nicht. Ey, seien fucking ernst? Ey, sowas find ich echt scheiße, ey. Hast dich wie die Pest, ne? Okay, okay, ich hätt nur rum zu B, ey. Kann ich hier rein? Oh, scheiße hinter mir, Mann. Verdammt. Oh. Ja, nice. Jawohl, B haben wir. Sehr schön. Jawohl, komm schon, explodier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Doppelkill. Oh, Doppelkill. Oh, jawohl. Hier, vier Stück hab ich. Sehr schön. Die hab ich alle weggemacht da. Sehr, sehr geil. Wat, wie? Wir haben keine Tickets mehr. Oh. Alter, haben wir ein Glück. Nein. Ah. Verdammt. Ha, hat er mich weggemacht. Der eigene Mate. Naja, alles gut. Kann ja mal versieren, ne? Ah, wurde ich wiederbelebt. Dann ist alles. Tutti frutti. So. Oh, fahr mich nicht rüber. Nein. Nein. Ja, dankeschön. Fürs Plattfahren. Sehr nette Gäste. So. Aufklärer. Weiter geht's. Nächsten Bomben jetzt. So, stirb. Und schieß nicht auf mich. Was soll das denn? Geht's dir noch gut oder was? Erledigt. Willst du denn hin? Komm sofort wieder her. Alter. What? Alter Schwede. Na komm. Was? Das geht's doch nicht. Mann. Ah, bin ich natürlich wieder ganz hinten gespawnt. Ich Idiot, ne? Ah, Trottel, ey. Ja, ich muss ja sagen, seit dem letzten Battlefield Update habe ich immer... Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Habe ich immer dieses Feld rechts an der Seite. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Da könnt ihr es sehen mit so einem Ausrufezeichen. Langsam nervt mich das. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was es ist. Und das habe ich erst seit dem Update. Oh, Panzer. Und der hat mich natürlich gesehen. Ah, springt doch da runter. Soll nicht so schwer sein. Alter, dein Ernst. Was soll denn der Scheiß? Oh, Mann, ey. Immer diese Scheiß-Team-Kills. Idioten, ehrlich. Okay, ich folge meinen Sniper-Kollegen hier. Okay, da hinten. Ach, scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Hä, da lag doch einer. Und ich laufe natürlich mitten rein. Alter, Schritte. Und ich laufe da mitten rein. Krass. Und ich komme da alle der Straße entlang. Juhu, Noddi. Ich komme da. Und ich komme da. Okay. Und ich komme da. nicht. Scheiß Sniper. Ach, ich bin da selber einer. Äh, du kommst nur mal ran hier auf den Mäder. Wo hakt der Sen? Äh, wer schießt denn da auf mich? So, tschüss. Tschüss. Lad mal lieber nach hier. Oh, da kommt einer. Verfehlt. Verfehlt. Treffer. Was? Geil, nice. Double Kill. Oh, muss nachladen. Oh, hier ist eine gute Posey, Alter. Die merken das gar nicht. Oh, jetzt hat mich der eine aber gesehen. Der eine hatte mich da jetzt gesehen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt werde er sich das melden. So, komm schon. Siehste? Ah, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Na ja, gut. Okay. Er hat mich. Scheiße, das war so eine gute Position. Äh, schade. Oh, kann ich nochmal auf die Position, ja? Oh, 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 oh. Nein, ich hab's gegen das Geländer geschossen. Oh, 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 oh zu schleichen. Das wäre ganz cool. Aber ich bin mir nicht sicher. Na ja, versuchen wir es mal. Jetzt hier die ganze Zeit capen auch scheiße. Let's go. Ich hab dich, mein Freund. Nein, er hat mich. Nice Schuss. Der war nice. Die Runde will ich gewinnen. Ich will sie gewinnen. Kommt schon. Da konnten wir unsere Leute gut unterstützen. Hä, von wo? Ah, Panzer. Scheiße. Ja, die Panzer war ja C4, aber den hab ich zu spät gesehen, du. Nein, wir haben verloren. Was? Ah, scheiße. Na ja, ich hoffe, die Folge hat euch auch trotzdem auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr da zeigt, so einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi. Ciao.